Einen bundeschönen guten Tag meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Return to Monkey Island. Wir sind Guybrush, das ist der Koch. Der hat glaube ich gar keinen Namen. Wir riechen einmal an seiner Sorge. Falls ihr die letzten Videos noch nicht geguckt habt, holt die nach, kommt dann wieder. Oder guckt einfach hier direkt und holt die danach nach. Wie ihr möchtet. Es ist euch überlassen. Wir sind hier in den letzten Folgen ein bisschen rumgeeiert. Da war doch gerade irgendwas. Konnte ich... Nee, einfach nur die Küche verlassen. Anbieten beim Saubermachen. So. Wir brauchen... Wir gucken den Maden hier beim Updancen zu. Okay. Wir verlassen die Küche. Gehen eigentlich direkt wieder... ...hier zu unseren Freunden. Gucken. Okay, also mit denen haben wir jetzt komplett verkackt. Dummes Bild. Oh, stimmt. Okay, also wir haben Cop begrüßt. Wir haben mit denen hier geredet. Ähm... Wir brauchen... Wir müssen halt ein Schiff finden oder besorgen. Das Geheimnis von Monkey Island Fan und glorreiche Zeiten. Nochmal durchleben. Nochmal durchleben. Ich muss einmal niesen. Ah, gerade nicht. Okay. Ähm... Wir wollen aber auch eine Lupe finden, um unseren Kumpel aus dem Gefängnis zu holen. Dann wollen wir eine Zahnbürste finden, um unseren anderen zum Ausgucken. Ne, ich möchte aber zu den Decks. Ich hätte gerne eine Karte. Habe ich eine Karte? Ich habe keine Karte. Ähm... So, das sind die Docks, aber... Zum Lütschucks. Ähm... Ne, wir mussten doch... Ah, Mann. Das war ein anderes Wort. Nicht... Das war nicht Docks, so... Das ist... Graffiti. Beruhigend. Äh, Schild lesen. Obere Straße. So, hier können wir nicht langen. Wally's Maps... Sieht aus, dass Wally ein neues Platz in Melee hat. Sieht aus, dass Wally ein neues Platz in Melee hat. Okay, aber der ist nicht da, ne? Okay, ähm... Also, alles läuft hier nachts ab. Ich habe mir extra einen Pulli angezogen, der farblich zum Spiel passt und zu meinem Rahmen. Also, ich möchte nur mal sagen, dass ich mir Mühe gebe. Außerdem, Leute, denkt dran, was zu trinken. In der Gasse war ich schon, ne? Whitey Bones haben wir auch schon kennengelernt. Die kann ich nicht öffnen. Die gehen wieder zurück zur Straße. Äh, das ist, wo ich meine Knochen für Elaine riskierte. Und sie hat mir gezeigt, dass sie nur mein Herz nur um mich riskieren musste. Auch, die Wände brauchen etwas Arbeit. Okay, also, da können wir nicht rein. Wir können... Hinteren... Oh, so, ausgucken. Werft, da wollten wir hin. Zur Werft. Genau, weil hier stands man. Gebraucht, shift buzzer. Was ist das für ein Zettel? Okay, ich muss da aber trotzdem rein. Ja, die brauchen wir. Ja. Die... Den Zettel nochmal lesen. Okay, passt auf. Was haben wir denn? Schnur, Plüschtier, Cracker, To-Do-List, Quizbuch, Inweisbuch und Münzen. Kann ich? Okay. In glücklichere Zeiten. Ich erinnere mich, wenn diese Torche aufstehen, standen, die vorhin gewohnt wurden, wie ein Karnival. Ich habe keine Ahnung, wie es halt vorher aussah. Ich kenne das jetzt nur so. Ähm, das Schild lesen. Es sagt, stands, vorhin gewohnt wurden. So schade. Stands used to be the best place to buy used chips. Okay, über den Föller-Nacht-Dinger. Looks like the only available ship on the island right now is Lechucks. Okay. It's a dried up old sea sponge. Stan used this to clean his ships. It's all rusted out now. Okay. Ähm, können wir. Jetzt schon drücken. Nehmen. Kann ich das nicht miteinander kombinieren? Come on, Guybrush. Ich mag Stofftiere. Ähm. Okay, den Mond anstorben. Gebt mir Informationen. Und Inspiration, was ich machen soll, um an diese... Äh, Zambus zu kommen. So ein glücklichere Zeitending, habe ich das schon. Okay, ähm. Ich habe keine andere Möglichkeit, hier reinzukommen. Es ist schade, um das Land zu sehen, wie das. Okay. Brauche ich irgendwas Klebriges? Die Fenster sind alle abgestellten. Und es ist sehr schmerz da. Ist das ein altes Löffel? Habe ich irgendwas? Okay. Okay, ähm. Ich brauche es noch nicht. Okay, zurück zum Weg. Vielleicht brauche ich noch irgendwas Klebriges, um das halt so rauszuholen. Ich weiß es nicht. Äh. Können wir in den Wald? Arz. In den tiefen, dunklen Wald, in dem ich mich sicher verlaufen werde. Oh, Jesus. Da ist eine Kröte. Und ein Fledermaus. Und da sind auch Argen. Da ist eine Karte. Okay. Oh. Oh boy. Und da noch. Oh, Jesus. Okay. Hier lang? Möchte einmal noch da. Ich bin hoffentlich verloren, ohne eine Karte. Okay. Ah, warte mal, mein Freund. Warte mal schön ab. Ich bin hoffentlich verloren, ohne eine Karte. Du hältst jetzt mal den Rassel. Ich bin hoffentlich verloren, ohne eine Karte. Ach, come on. Oh, ich habe sie lieb, als ich sechs war. Okay. Ich habe sie lieb, als ich sechs war. Bis ich sie in zwei Tagen getroffen bin. Ich denke, sie sind jetzt illegal. Entschuldigung? Museum of Pirate Lore. Okay. Hey, das war Karlas Haus. Was? At Chamber of Commerce Midnight Luncheon. Back shortly. Once upon a time, I want a T-shirt. Right here on the front lawn. Okay. Kann ich da irgendwie rein? Okay, schildern. At Chamber of Commerce Midnight Luncheon. Back shortly. Hm, okay. Also, das hat irgendwie jetzt gar nicht so viel gebracht. Ach so, das ist das Museum. Okay. Ähm. Alrighty, by the. Äh, 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 äh. Ach so, habe ich das gerade irgendwie freigeschaltet hier so? Okay, das ist der Ausguck. Da habe ich den Speer entdeckt. Und obere Straße, da ist Karlas Haus. Obere Straße, obere Straße, untere Straße. Die Docks. Hm. Komme ich denn wieder auf Millie? Gucken wir einfach mal, was bei dem Ausguck ist. Ob ich da noch irgendwas, äh, finden kann. Tschüss, Karte. Oh, Leute. Ich bin der Speer. Hi, again. Oh, die neue Pirateliders sind echt Jörger. Sie haben mich lachen. Und sie werden nicht meine Expedition verhindern. Warum hast du mich nicht? Habt ihr mich gehört? Natürlich. Okay, nein. Wahrscheinlich nicht. Okay. Mehr sagt er auch nicht? Gibt mir mal deine Brille. Okay. Okay. Ich bin in diesem Post schon lange. Ja, meine Augenhöhe ist nicht so, was es damals war. Aber meine Hörung ist noch so scharf als eine Schmerz. Und das ist hilfreich, um ein Schmerz zu sein? Ja, es gibt gar nichts zu sehen. Der Job ist meistens um zu begrüßen Menschen. Willkommen zu Melee Island! Danke. Ich brauche eine Lupe. Okay. Ist hier irgendwo irgendwas, was ich... Le Ship? Hm. Okay, offene Stellen. Expedition zu Fabled Monkey Island. Crew positions available. Serve under Le Chuck, the most fearsome Pirate on the Eight Seeds. Equal Opportunity Employer. Inquire hier. Okay, das haben wir letztes Mal schon gelesen. Möchte gerne... Ich hoffe, das ist nicht einer dieser Party-Cruise. Es sieht aus, dass es eine lange Reise sein wird. Kein Parking von dämonischen, dämonischen, oder unendeten Vesseln oder Scooters. Tuesdays, drei bis vier. Sag, was du möchtest, über meinen schmerzlichen Nemesis Le Chuck. Aber er weiß nicht, wie ein Schiff zu schützen. Ich bin doch gerade irgendwie... Ah. Aha. Aha. Nee. Du möchtest da jetzt wieder... Nee. Da ist doch bestimmt irgendwas. Sag, was du möchtest, über meinen schmerzlichen Nemesis Le Chuck. Aber er weiß nicht, wie ein Schiff zu schützen. Okay. Grock. Löcher im Schiff. Hm. Unpraktisch. Das ist noch eins. Hm. Okay. Ähm. War hier irgendwas. Ich hab noch nichts hingekriegt. Hehehehe. Okay. Wir gehen noch mal ins Gefängnis. Okay. Die sind... in Ordnung. Da kann ich aber auch nicht irgendwie reingucken, ne? Schild lesen. In Ordnung? Vielleicht hat die... Vielleicht hat die... Warum sind die alle? In Ordnung. In Ordnung. Zurück. Aus Verhandlungen? Dieses Ort ist eine Institution. Der Voodoo hier muss authentisch, kulturell und historisch akkurat sein. Das ist so. Okay. Es lädt wieder richtig lang. Wenn das Spiel schon wieder crasht, Leute. Es crasht. Ich sag es euch. Ja. Okay. Äh. Wahrscheinlich. Ja. Machen wir hier einen Schnitt. Fuck. Oder brauchen wir es nicht? Nein. Wir brauchen es nicht. Tatsächlich ist es einfach nur gecrashed. Und startet direkt wieder. Ähm. Perfekt. Ich freu mich. Wenn das jetzt direkt wieder crasht. WTF? Okay. Alle guten Dinge sind drei, Leute. Äh. Da sind wir wieder. Oh. Oh oh oh. Das funktioniert. Hi. Okay. Ich brauch... Kannst du mir irgendwas verkaufen? Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Okay. Pass auf. Nach den goldenen Schlüsselfragen. Das war die Band. Da ist ein riesengroßer Schlüssel. Papagei. Kommentieren. Kann ich hier nirgendwo lang? Okay. Whitey Bones. Was hast du zu sagen? All keys are gold. It's the way of keys. Golden keys? Alicia keys? Liegt es an dem Gefängnis? Ich denke es liegt am Gefängnis. Okay. WTF? Wir sind gleich wieder da. Nämlich. Drei. Zwei. Eins. Oh. Oh. Auf die Sekunde, genau. Okay, Leute. Äh, Kryptisches Graffiti. Okay, wisst ihr was? Ähm. Wir gehen zu Lushak. So, passt auf. Passt auf. So. Ja, ich möchte doch den Joby... Ich möchte doch nach dem... ...Schrubi-Job fragen. Ich würde gerne über eine Art Offiziersposten sprechen. Ich würde gerne über eine Art Offiziersposition sprechen. Nein. Ich habe keine Ahnung, was irgendwas davon ist. Äh. Ich würde gerne über eine Art Offiziersposten sprechen. Wie geht es um den Schiff? Ich denke, du hast einen Art Offiziersposten. Ich denke, du hast einen Art Offiziersposten. Ist das eine definitivere Anforderung? Entschuldigung. Entschuldigung. Äh, das wird einmal. Ich könnte ein zweites Freund. Was? Haben wir nicht? Ich kann meine Brot für 10 Minuten. Oh. Okay. Vielleicht 8. Don't waste my time, okay? Okay. Ähm. Haben wir nicht... ...ein fucking Boot geleistet. In den Spielen davor. Oh. 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 Oh, man. Ach, du bist der Blacklist. Du bist der Blacklist. Das ist ein bisschen anders von Dragon Age 2. Okay, also will die mich jetzt überhaupt nicht einstellen? Ich bin nicht Guybrush Threepwood, ich sehe nur so aus wie er. Kann ich auf dein Schiff, wenn ich meinen Namen ändere? Rude. Ich habe eine Idee. Müssen wir uns anders kleiden? Warum war Wally in such a hurry? He wouldn't sell us out to Madison. Woody? I believe he needed to relieve the pressure upon him in a different way. Okay. Wo geht ihr hin? Oder seid ihr jetzt wieder in eurem Laden? Aha. Leute. Leute. Hallo, guten Tag. Hey, Wally. Well, well, well. Schau, was die Surfwurst geschaut hat. Es ist Guybrush Threepwood. Schön, dich wiedersehen, Wally. Was auch dein letztes Name ist. Wow. I spent years in therapy getting over being burned, blinded, blown up, abandoned and marooned because of you. Yeah. Good times, huh? You're lucky I'm past all that and I'm running the best map shop within the Caribbean and beyond. Ich möchte plötzlich die ganzen alten Spiele spielen. Ich bin auf der Suche nach einem Mob. Hast du nicht zufällig eine Karte zum Geheimnis von Monkey Island? Den Mob kriegen wir in der Küche von dem Koch wahrscheinlich. Würde Sinn machen. Wir haben da gestartet. Ich bin auf der Suche nach einer Karte durch den Wald. Du hast eine Menge Karten hier. Sieht so aus, als ob der Laden gegenüber in Schwierigkeiten steckt. Du hast eine Menge Karten hier. Wir haben so viele. Du brauchst eine Karte, um sie alle zu finden. Ein kleiner Kartografer-Humor. Ja, ich habe vergessen, wie lustig es war. Das war ein Rude-Guybrush. Der war witzig. Es sieht aus, dass die Shop in der Nähe ist in Trouble. Die höchstens, ego-orientierte Welt der Piraten ist verändert. Und die dunkle Magie geht über. Die Voodoo-Magie ist Spaß und alles, aber das ist nicht, was die neue Generation will. Das. Ich, ich bin auf der Blöden-Edge und mache eine Bundel. Ich bin über die Franchise. Oh, Rude. Oh, cool. Ich meine, die Stadt scheint ziemlich heruntergekommen. Die Stadt scheint ziemlich heruntergekommen zu sein. Seit Captain Madison hat Melee ihre Basis der Operation gemacht, haben die Leute geklärt. Sie sagen, sie bringt ein schlechtes Element zur Stadt. Ich meine, irgendwo hat er recht. Er muss sich auch über Wasser halten. Piratenhumor. Oh, komm, gib mir die Kattenselbein. Was? Was? Ist das eine Anspielung auf das Spiel, in dem er vorkommt? Ja, ich weiß. Ah ja, es ist schön zu sehen, dass du nach all den Jahren wieder auf die Beine gekommen bist. Okay, Fächer bewundern. Die Insel sieht aus wie eine Hose. Okay, eine schicke Karte, eine Polarkarte. Ah, hast du auch irgendeine Schachtel voller Monokel? Hm. Ich sollte mir einfach zwei Monokel hier vorne draufsetzen. Äh, okay, Globus. Falls Pangea wieder auftaucht. Ich erinnere mich, dass Wally es nicht für ein neues Modell verwendet hat, nur weil es einmal oder zweimal über den Block gewesen ist. Ich fühle mich sehr stark daran, dass es für einen Grunde so witzig ist. Ich hatte das einmal, aber ich habe nach links gefahren. Das sieht aus wie eine schicke Karte aus. Es ist das erste Regeln der Piratenheit, dass du nie eine schicke Karte verwendet hast. Hm. Einer etwas... Oh, ja, weil du sonst den Schatz sicher bist. Hm. Äh, Leverintkarte. Okay. Kann ich... Nee, ich kann nicht nach da hinten. Wally, 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 Wally. Ich habe auch hier... Also es gibt auch keine Quizkarte oder sowas. Das ist ein Karten-Shop. Warum hat der keine Quizkarte? Wally, kann ich eine dieser Karten haben? Absolut. Absolut. Wenn du es bezahlt hast... Oh, egal. Oh, rote. Okay. Ähm, Wally scheint gerade nichts dazu... Oh, der Moment. Leute. Leute. Quizkarte? Nein. Ah, f... Nee, das wäre eine gute Location für die Quizkarte gewesen. Nur mal so an die... an die Spielentwickler. Ich bring euch Ideen. Stellt mich ein. Okay, Lady Etikette. Die Karten sind auch für Verhältnis? Alles geht. Sie machen eine grüne. Hälfte aus. Wallye? Hälfte aus. Hälfte aus. Wallye? Hälfte aus. Hälfte aus. Hälfte aus. Hälfte, glücklich, dass du hier bist. Oh, Mann. Okay. So eine Art Joke hat meine beste Freundin mir einfach ständig erzählt. Als wir so 14, 15 waren. Aber diese, diese Knock-off, knock-knock, knock-off, sag ich mal. Joke über ein Joke. A crystal. Yeah, this isn't that kind of game. Oh. Everything spilled out of it in a puddle. Okay. Ja, komm. Du hast doch bestimmt hier, also, Lady Voodoo. Oh, das wirft dich noch aus. Es würde bei mir funktionieren. Frösche, Leute. Frösche sind der neue Scheiß. Und ich liebe Frösche. Es sagt, alles muss gehen. Aber es sagt es mit Nummern. Oh. Okay. Lady, hast du irgendwo... ...Ruspust-Tresor? Es ist ein ungewöhnliches Safe mit fünf Keyhole. Alas, das Safe ist nicht für Verzahlen. Es wurde mit mir für eine Safe-Kiebung gelegt. Lady, ich brauche... ...brauche was. Können sie mir geben? Ich nehme an, du verkaufst keine Mobs. Du kannst ein Talent nutzen, um mir zu sagen, was irgendwie ist Elaine gerade geht. Willst du deine Talent, um mir zu erzählen, wie sie jetzt ist, wie sie jetzt ist? Sie ist immer nah, egal ob die Distanz. Haben deine Antworten überhaupt Sinn? Es gibt keine Antworten. Nur Fragen, die fertig sind. Ich mag die Lady. Ich mag die Lady. Ist es das Jahr, in dem du mir endlich deinen Namen sagst? Ist das das Jahr, in dem du mir endlich deinen Namen sagst? Das ist quasi eine Rundgag zwischen uns. Aber es ist wunderschön, wie wenn dein Glas öffnet ist, aber du immer wieder trinkst, um es zu trinken, um es zu trinken. Es ist Corinna. Oh, okay. Corinna. Nice. Es war irgendwie mehr spannend, bevor ich das wusste. Das ist wahr, dass viele Dinge. Gib mir eine Lupe. Ich brauche eine Lupe, Lady. Dass du dein Geschäft aufgibst. Oder ist das eine von diesen, die nicht wirklich aus der Lupe gehen, die aus der Lupe gehen? Da ist eine neue Dark Magik auf dem Ries in der Karibene. Es hat viele Adheren, insbesondere von den Jungen. Es gibt wenig demanden für meine Talents oder meine Wehrs. Business ist schrecklich. Und es gibt andere Faktoren. Captain Madison desires diese Location. Also, wir kämpfen praktisch gegen unseren Erzfeind und gegen den Kapitalismus. What the fuck? Ich komme zurück zum Browsing der Shop. Akt schnell. Supplieren sind limitiert. Ah. Es sieht aus, wie es dann ist. Es sagt, dass alles gehen muss. Ja. Aber es sieht aus, wie es da immer war. Es sieht aus, wie es da immer war. Leberige Flasche. Modrige Flasche und was ist das? Glänzend. Und? Ah, verdammt, Leute. Ich möchte jetzt einfach... Ja, okay. Wir können uns nicht zu lange an einer Sache mal aushalten. Okay. Ah, da ist eine Rade. Hallo, Rade. So. Gucken einmal. Problem, Quartiermeisterin erkennt mich und heuert mich nicht an. Einen Mob besorgen. Okay, wir gehen zuerst in die Küche zurück. Oh, mein Kumpel. Da ist doch eine Karte, oder nicht? Mit der Pirate entsprechen. Die haben wir alle schon durch. Können wir mal auf und wieder... Oh, das bin ich. Ja. Ja. So, gib mir den Mob. Well, it's definitely a Mob. I said not to touch that. You don't use someone else's mob. Why not? The Mob is the formal tool of a cook. Not as clumsy or random as a dishrag. An elegant tool for a more civilized cleaning. You cannot hope to succeed with the Mop of another. I can't? You must construct your own. A single, perfect instrument that you will keep and use for a lifetime. Well, let's hope it doesn't come to that. Once you build it, the Mop will become your constant companion. Your tool, and a ready means of defense against spills of all kinds. Uh, build it? The wood is the heart of the handle. The heart is the handle of the cook. You are one. Not helpful so far. You must find a particular tree. A tree uniquely suited to the handles of mobs. Carve your handle from a limb of that tree. Okay. Any questions? Wie finde ich den Mob-Steelbaum? Aus was für einem Holz ist der Baum? Was ist mit dem Kopf des Mobs? Bist du sicher, dass ich nicht einfach einen Mob kaufen kann? Okay. Ähm. Wo finde ich den Mob-Steelbaum? Wahrscheinlich mit einer Karte. What kind of wood is the tree? That is something you must discover for yourself. Alright. Ähm. Was ist mit dem Kopf? What about the head of the mob? Oh, you have to have one, of course. But pretty much anything will do. It's mostly about the handle. Wenn ich das Stofftier dafür benutzen muss, ne, dann schreie ich. How do I find the Mob-Handeltree? I can't tell you exactly where it is, because this is your own personal journey. Rude. Okay. Okay. I guess I'll do it. What's wrong? You gave the story the wrong title. It should be called Mob-Quest. When do we get to the pirating parts? Even the coolest professions involve more mopping up than you would think. It seemed crazy to me at the time, too. But don't forget, it was all so I could board a ship, take command, and sail to Monkey Island. But first, I had to make a Mob-Handeltree. It's really good. I don't know how many people, who have played the previous games, that's the game here find. I find that until now really fucking funny. I'm looking for a tree to make a stupid Mob-Handeltree. Have you got a map for that? So, the cook has sent you on one of his spiritual journeys? Been a while since I made one of those Mob-Tree-Maps. What kind of tree is it again? I don't know. A wood one? That's okay. Just bring me a sliver of the wood and I can work it out from there. I'm that good. Okay. Bye. Weird. Aber okay, jetzt müssen wir einen Splitter besorgen, oder was? Den Mob-Steelbaum finden. Das ist so gescheit. In der Zwischenzeit auch Lichuks Schiff. Oh. Oh. What? Way to sicken. Mark yourself down for one less lashing this voyage. A funny story. Guybrush Threepwood tried to sign on to the crew. Threepwood? He must be looking for the secret too. That guy steals all my best ideas. Have him killed. Wait. Let him live. I want him to see me sail off for Monkey Island knowing the secret is lost to him forever. Sure. I want to bring this up one more time. Is searching for this mythical secret of Monkey Island a good idea? Should we be out terrorizing the high seas, instilling fear, creating mayhem, being more on brand for Lichuk? I've had enough of you questioning my orders. Finish loading the ship and whatever you do, don't let Threepwood on board. Very well. Ich befürchte, wir brauchen ein Fake-Schnurrbart. Okay. Ähm. Ah. Ausgetappt. Da waren meine Finger zu schnell. Okay, wir müssen... In den Wald. In den Wald! Ah, 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 ah. In tiefen, dunklen Wald. Gib mir einen Splitter. Gib mir einen Splitter. Und Splitter, halt. Ah, nee, wir müssen zum Koch runter. Oh, da ist eine Schlange. Hallo. I'm hopelessly lost without a man. Ähm. War das die untere Straße? Du schickst die Ducks. Come on, Guybrush, run. Okay. Wir... Who the fuck are you? Hi. Are you my waiter? I want the excellent dish I had at the governor's mansion last week. I... I don't know what it's called, but it was sort of, you know, a hot food. Yeah, but I'm not... It had ingredients in it or something. I'm not your waiter. I already told you're incompetent cook this, but he still hasn't brought me my dinner. I don't work here. I'm not a waiter. Hop to it! Uh, right away, sir. Ah, obnoxious rich people. Oh, you look like the health inspector tasted your stew. Or you did. Worse. Marlin Marlin is here. What? The customer I have nightmares about. He's the only importer of yak fat on the island, so I need to keep him happy, but he makes that impossible. Today he wants me to make him a dish that he ate last week at some kind of event at the governor's mansion. But of course he doesn't remember what it's called or know what's in it or even remember what color it was. He says he thinks it has ingredients in it. I don't have the slightest idea, what to make. Okay. Das ist... Hm, hinter dir ein Dreiköpfe. Look behind you, a three-headed monkey. I do know a great stew-recipe for monkeyheads. I can't think about that right now. Hm. Wenn ich dir das Rezept bringe, kannst du es dann zubereiten, kann ich dann nochmal nach dem Mob fragen, den ich machen muss. Can I ask you again about the Mob I need to make? Sure. Äh. Ah, nee, okay, schon gut. How's it going with that nightmare customer guy? My stomach feels like it's full of cannonballs and splintered rowboats. Au. Ich bringe dir eine Rezeption, kannst du es machen? Natürlich, ich bin ein Künstler. Sehe das Hatt. Okay. Ähm. Gouverneurin, Carla. Ich brauche aber jetzt... Okay. Aber gib mir einen Splitter. Ich möchte den... Stay away from my mom. Okay. Ähm. Du kannst mir noch nicht mal zum Splitter geben. Okay. Das heißt, wir gehen jetzt zu Carla. Mann! Immer rausgetappt. Jesus. Das ist eine absolute Chaos-Folge. Ach, Leute. Wenn ihr bis hierhin schon mal geguckt habt, könnt ihr direkt auch überlegen, den Kanal direkt zu abonnieren. Und ein Däumchen nach oben da zu lassen. Hm? Was sagt ihr dazu? Ich würde mich freuen. Ich freue mich nämlich auch über jeden, der hier bleibt. Und ihr seid kleine, süße Baby-Piraten. Genauso wie ich. Oh, da. Da ist eine Karte. Da, da. Meine Karte. Carla, hallo. Achso, wir müssen ja wieder kämpfen. Ich bin wegen eines Rezepts. Ich bin wegen eines Rezepts. Ich komme für eine Rezepte. Ein Däumchen, das ihr in einer recenten Funktion serviert. Es wurde als heiß und es hat Ingenstände. Ich bin wegen eines Rezepts. Ich bin wegen eines Rezepts. Barbie LeFle hat diesen Funktionen geschehen. Ich habe ihre Karte, aber ich weiß gar keine Rezepte. Gib mir das Karte. Weißt du, wo ich Barbie LeFle finden kann? Im Mitte des Atlantischen Ozeens? Sie ist jetzt halbwegs zurück in die Franz. Okay, dann erinnere mich daran, was du zu dem Rezept gesagt hast, nachdem ich gefragt habe. Erinnere mich, was du gesagt hast, was ich gefragt habe. Ich sagte, dass ich das Essen nicht gemacht habe, aber ich habe das. Ein Karte. Ich sollte dich zurück in die Franz. Ja, du sollst. Da musst du zurück... Ah. Warnung, nicht versuchen diese Tricks zu Hause. Kann ich ein Buch kaufen? Du hast das sehr Nerv, zu fragen. Du hast niemals das letzte Buch, das du in die Franz. Ich musste noch eine Kopie kaufen. Du hast niemals sogar verprägt. Ich paye es. Ich brauche nicht dein Geld. Okay, Schatzkarten, Autobiografie, das Ende der Planke, von Schiff zu Schiff. Zutaten! Das brauch ich. Ja. Ich weiß. Aber ich brauch das. Koller. Ich weiß. Es tut mir leid. Sondern, was brauchst du denn? Koller. You never even apologize. Kann ich's jetzt also? Ich bin nicht. I did. I'm sorry. Yeah. I'm hearing the words, but somehow they aren't helping. I need more than that. Was denn? Oh. What do you want? Ein Schwamm? Ich kann dir einen Schwamm geben. Schwamm? Schwamm drüber. Schwamm drüber. Och, Mann. Ich hab gesagt, Schwamm drüber. Ich tapp immer aus dem Spiel raus. Wie so eine Bekloppte. Okay. Ich brauche. Liebe Freie Otis. Ich weiß das alles. Ich muss nur... Okay. Wie viele Mobbäume gibt es? Eine. Die gehen weg? Ist die Küche? Okay. Ja. Okay. I'm smart. Morgan Leflay tauchte zuerst auf in... Oh, Jesus. I don't fucking know that. Okay. Leute. Leute, Leute, Leute. Ah, was können die denn haben wollen? Einen Mob herstellen. Einen Mob herstellen. Einen Mob-Stil Baum finden. Und dann würde Chucks Schiff bei der ersten Gelegenheit übernehmen. Okay. Aber ich hab jetzt irgendwie nicht... Muss ich jetzt das Buch finden, das ich... Aber warum ist das pink? Ich weiß, Carla. I did. Okay. Also willst du jetzt das Buch zurück? Ich bleib hier besser hier draußen. Könnte Elaine helfen? Okay. I will need you to verbally agree to a release of liability. Okay. This product is not to be used in the commission of any crime, including vandalism, jailbreak, and theft of ancient priceless artifacts. No problem. Threatening, frightening, stabbing, shaving, or manicuring yourself or another person are likewise considered outside the scope of acceptable use. Oh, okay, I guess. The product is not balanced for throwing. Throwing the product violates these terms and will invalidate the warranty. Whittling, scrimshaw, mumbledypeg, juggling, and any tricks involving stacking or balancing the product may cause serious injury and should not be attempted by unlicensed persons. Uh-huh. Use with breads, spreads, bedspreads, or thread may damage the product. If damaged, the product should not be used. Product is sharp and should not be carried in a pocket, coat, belt, hatband, handbag, shoulder holster, or sheath. At all times, keep the product away from children, pets, the aged or infirm, clowns, pirates, and adults. Where possible, it should be locked securely in a vault. The manufacturer accepts no responsibility for the consequences of any use or misuse of this product. By verbally assenting to these terms, purchaser hereby assumes all liability, past, present, and future, throughout this and all possible and impossible universes. Okay, den hab ich jetzt gekauft. Ich glaub, ich kaufe einen von denen. Wenn ich... Lady, laber mich nicht wieder voll. Okay, Leute. Ich glaube, wir haben das Problem mit Carla gelöst, weil ich smart bin. Smart! Smarty smart. Wisst ihr, was auch smart ist? Den Kanal zu abonnieren, um mir ein Däumchen zu geben und das Video mit euren Großeltern zu teilen. Weil die haben das Spiel vor 30 Jahren auch gespielt. Okay, ähm, jokes aside, ich würd mich sehr darüber freuen, wenn ihr die nächsten Videos auch wieder reinschauen würdet. Ähm, bis dahin wünsch ich euch auf jeden Fall eine traumhafte Zeit, einen traumhaften Tag. Bleibt so süß und piraterig, wie ihr seid. Toodaloo und Toodles!